Die schönsten Auftritte der Royal Family 2024 König Charles und seine Familie nehmen jedes Jahr an mehr als 3500 Treffen teil. Die Aufgaben der königlichen Familie sind vielfältig und umfassen das Pflanzen von Bäumen, den Besuch sozialer Einrichtungen und die Bewirtung von Staatsgästen. Die britische Königsfamilie ist Teil einer jahrhundertealten Geschichte. Gala besetzt König Charles. Alle derzeitigen Mitglieder stammen aus dem Haus Windsor, das 1917 aus dem deutschen Haus Dengekoburg und Goethe hervorgegangen ist. Die Oberhaupt ist Karl III., der die Nachfolge seiner Mutter, Königin Elisabeth II., antrat. Mai 2023, er besteckt den Thron am 6. Die Monarchien und ihre unmittelbare Familie nehmen im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland vielfältige offizielle, zeremonielle und vor allem repräsentative Aufgaben wahr. Windsor-Kalender, diese Rolls haben gesetzliche Verpflichtungen die einzigen Personen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind. Sind der König, seine Königin Gemahlin Königin Camilla, die ersten vier erwachsenen Mitglieder der königlichen Familie in der Thronfolge und sogenannte Staatsparlamentarier. Als britisches Staatsoberhaupt leitet der König unter anderem das Parlament und genehmigt Gesetze durch königliche Zustimmung. Senior-Working-Royals widmen sich vollzeitlich ihren Aufgaben. Die wichtigsten Mitglieder der königlichen Familie repräsentieren den König bei öffentlichen Auftritten und Empfängen und übernehmen die Schirmherrschaft über Vereine und Wohltätigkeitsorganisationen. Familienmitglieder, die diese königlichen Pflichten und Ämter hauptberuflich wahrnehmen, werden manchmal als Senior-Working-Royals bezeichnet. Auf der Liste stehen neben Prinz William und Herzogin Kate auch Charles' Geschwisterprinzessin Anne und Prinz Edward sowie seine Frau Herzogin Sophie. Prinz Harry und Herzogin Meghan traten 2020 von ihren aktiven königlichen Pflichten zurück, um sich in Kalifornien ein Leben aufzubauen. Britische Königsfamilie und ihre Philanthropie-Wohltätigkeitsveranstaltungen nehmen einen großen Teil des Terminkalenders der Familie Winser ein. Mehr als 3000 Wohltätigkeitsorganisationen haben mittlerweile den König oder ein Mitglied der königlichen Familie als Schirmherr oder Vorsitzenden. Diese Organisationen reichen von bekannten Organisationen wie dem Britischen Roten Kreuz bis hin zu kleineren Organisationen wie dem Ratham Children's Fund und Armeeregimenten. Königliches Mäzenatentum lässt sich in der Regel auf königliche Interessen zurückführen. Prinz William zum Beispiel engagiert sich seit langem für die Obdachlosenhilfe und interessiert sich für Kunst und Umwelt. Wobei ihm Herzogin Kate und Königin Camilla über die Schulter schauen. Sehen Sie hier die schönsten Momente der königlichen Familie. Königin Camilla Ön